Ich hätte eigentlich irgendwie nochmal so provozieren müssen oder so den Lumawa. Das wäre richtig nice gewesen. Tod. Boah, Lumawa also. Das sah irgendwie geil aus. Meine Fresse in die Kamera rein gekontert. Oh man. Come on, my friends, this week, you're going to be here. Vielleicht. Tja, was? Lumawa, alter. Ja, und der provoziert mich. Lumawa halt mal hier, der dritter ist aber was. Guck mal, wie schlecht er ist. Haha, läuft so. Nein. Ey, irgendwie, das hört sich manchmal an, als ob so eine Uhre runterticken würde und dann denke ich immer, wir haben nicht so viel Zeit. Nicht mehr. Los, hoch, dann. Ach, du hast mich? Nein, irgendwie nicht. Ey, die muss ich jetzt einmal umdrehen, bitte. Die springt da sowieso. Das war so klar, ich wollte auch eigentlich betäuben, aber... Ja, ich gemacht. Super. Ey, jetzt bist du vorne, Scheiße. Haha. Nein, ey. Abhauen. Ich habe Stimmen gehört. Konstantin, Assasino, keine Ahnung, was ist dem Spiel beigetreten. Konstant, Assasin. Konstant. Ein Konstant. Ja, ich weiß. Aber das ist so ein Lied. Ah, okay, kenne ich nicht. Also, ja, das war jetzt auch nur ein Wort aus einem Rap-Lied, aber... So. Natürlich kenne ich... Nee, da hinten ist der. Oh, ist das ein Ficker. Mann, hier in einmal rum, wie soll ich denn so Punkte machen, man? Natürlich gewinnt der. Und da werde ich von Lumava, die letzte der Kunde. Boah, du... Ja, natürlich hast du gewonnen. Boah, Lumava. Er hat noch gleich so viele Punkte wie ich. Wieder 11-11, du hattest vorhin auch 11-11. Ja, ich weiß. Oh Gott. So, zack, unterbrochen und wieder angemacht. Hey, hey. Hahahaha. Fick durch. Ja, der Stalker natürlich ist. Stalken. Ah, am längsten überlebt. Ich wusste, dass sie das bekommen. Wenigstens kriegt man LP, hey, wir sind alle voll cool drauf und so. Yo. No, oder... Party. Ja, also jetzt noch eins. Jetzt läuft's gerade gut. Nein. Also mein, ich guck, bitte läuft gut. Ich muss mal gucken, was gibt's denn hier alles. Äh... Wollen wir Meucheln machen, oder? Ja, einmal. Meucheln. Irgendwie haben wir schon fast gewonnen, immer. Drei Stimmen gewinnt immer und wir sind ja zwei und dann... Ja. Nehme ich hier noch diesen. So, hier. Just white, party. Shimaro. Luma, alter. Shimaro. Oh, das Scheimaro. Jetzt. Meucheln. Ah, jetzt markier ich immer extra dich. Na dann. Fuck. Ne. Luma. Luma, bist du da? Bist du da, bist du da? Ja. Kein Ding. Ich mach mir jetzt immer so. Ich muss mich nur grad... ...konzentrieren. Ja, ja. Ich muss mich auch. Sie sehen, ich hab eben den falschen markiert. Falschen getötet und damit hab ich mich enttarnt. Hä, ich hab den einen getötet und jetzt hat er das Spiel verlassen, weil er so beleidigt war. Wahrscheinlich, oder so. Ja, genau. Wo ist der denn? Na, Luma, war alles klar? Hoho! Nee, hab ich jetzt nicht gesehen, nee. Oh, fuck. Wer du? Ich. Er, sie, es. Herr Toll, und wegen Stürmen konnte ich dich nicht töten und dann wurde ich getötet. Haha. Und ich tötete deinen Töter. Was? Ja, der, der dich getötet hat, hab ich dann getötet. F***. F***. Weiß'n, dann drück ich Umschalt und dann krieg ich keinen umstrittenen Kill. Tja, drück mal früher. Nein, tja. Drück mal früher, ich hab das direkt gedrückt. Drück das an die ganze Zeit. Na, hast du mich auch gesehen? Ja. So, ich hab dir mal geholfen jetzt. Lol. Was war das denn jetzt? Ich hab dir geholfen, ich hab deinen Töter, den Verfolger getötet. Nein, 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 das, das ist, hä, das war ja jetzt komisch. Aber danke trotzdem. Ja, ja. F***. Geh mal weg, Junge. Ne, ich verfolge dich jetzt. Na, Rauchbomber oder jetzt so? Klar. Ich bin direkt hinter dir, also. Ja. Oh, das Stürm. Oh, ist das unfair. Jetzt bin ich ein Ziel von dir und du wartest extra noch, ne? Ja. Ja, ich hab trotzdem keinen Fokus bekommen, weil ich, äh, scheiße gemacht hab, aber, naja. Ich mag nicht mehr Meucheln spielen. Ich find's gar nicht so schlecht. Ach, tja. Ich hab, ich hab, glaub ich, noch nicht mal einen Kill. Es war, glaub ich, einmal nur entkommen. Das ist unser Grie. Gott, muss jetzt ein Gegner sein. Mh. Lumar war wieder. Lumar war der Kleine. Freut er sich, da freut er sich Obwohl er mich nicht provoziert hat Da hau ich mal lieber ab Komm mal her jetzt Ach, ich bin so schlecht im Mäucheln Ja, ich sehe dich trotzdem an Ich hätte sie nicht provozieren dürfen, ich war mitten auf dem Platz Das hat dann jeder gesehen Na toll, ja, was machst du auch? Das weiß ich doch nicht Ich bin so ein Spaß Bist du noch da? Ja Ich will aber die, nein das war, oh warum hab ich das gemacht, warum hab ich das denn gemacht Jetzt bist du da auch noch und dann Lol Was mach ich, was war das denn? Was ne Scheiße ey Ey bist du noch da? Ja Boah, das war geil Keine Ahnung, du hast irgendwie nicht über die Dummheit gelacht Nun mach mal du Fucking Bitch Wenigstens konnte ich noch ehrenhalter Tod machen, oder? Auch nicht Toll Ja was denn Ey toll, nun mach mal was bestimmt supergutem Mäuschen und so Oh Was machst du denn, hä? Bist du dumm oder was? Nein Zack 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 Nein! Keine Pistole! Keine Pistole! Eine Pistole! Oh Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Ey, wenn die... Alter, wie viel Abstand wir haben, ey! Loma war von mir und ich von dir, ey! Ach, moin! Ach, moin! Ach, moin! Ach, moin! Ach, scheiße! Dauchklatscher! Ah, nun Mensch! Rache! Rache! Und tschüss! Was? Stylig! Ah, scheiße! Naja... Das Ziel! Okay, zwei Minuten noch, alles klar! Ha! Zu spät, Loma! Zu spät! Boah, wie der... Wie ich ausraste bei dem! Du kannst mir nicht entkommen, gib's auf! Und so erst recht nicht! Jawoll! So muss das sein! So muss das sein! Und tot! Ah! Super! So kann's weitergehen! So, jetzt muss ich dich irgendwie mal wieder töten! Und irgendwie hab ich Lust darauf! Nun weißt du nie, wo ich bin! Ne! Und den wollte ich dann erst recht nicht! Und von Seiten ihr alle, ey! Ich hab niemanden gesehen, ey! Fuck! Noch einen Minuten! Was mach ich? Man kann diesen Haken-Schwung da auch im Multiplayer machen! Ja, ich weiß! Zack! 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 Zum! Zahm! Pow! Fuck! Klaut der mir so diese Scheiß-Laterne, oder was das ist? Lauf! Lauf! Lauf, mein Freund! Lauf, mein Freund! Lauf! Lauf, mein Freund! Na, geht weg hier! Geht weg! Oh, warum nehm ich doch die Verfolger von... Hö! Mega-Fail! Yes! Der hat mein Verfolger getötet. Jetzt hab ich einen neuen Verfolger. Puh! Das war mal spannend. Komm, noch 10 Sekunden! Ich will noch einmal Lomava killen. Tot! Yes! Oh, Mann, das ist geil! Ey, komm, den hab ich noch getötet! Pfff! Ne, du warst mal einmal nur 2.000 Punkte. Oder 1.000. Oder 2.000? Ach, egal. Okay, du hast aufgeholt. Mal wieder kurz unterbrochen. Man weiß ja nie, ob die Verabschiedung noch aufgenommen wird oder so. Ey, cool, ich bin zweimal da. Und der Stalker schon wieder. Naja, also Rückspiel beenden. Ich glaube, ich bleibe wieder ab. Ja. Ja. Jetzt ist nach jedem Spiel wieder ab. Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich werde dieses Wochenende nochmal zocken und so. Mhm. Aber ich kann bestimmen, ob du mit mir verlässt oder ob ich alleine verlasse, wenn ich der Host bin von dieser Gruppe. Cool, cool. Okay, dann würde ich sagen, das war mal wieder eine schöne Fail-Runde. Aber dann hat es ja geklappt. Eigentlich jetzt. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ja. Ciao, tschö. Bis dann. BÄM!